Machst du beim Genshin Impact Event mit? Ja, es läuft gerade das Taverd Spring Break Event und die Community von Genshin erstellt viele coole und lustige Sachen. Ich habe zusammen mit ein paar Freunden eine lustige Synchro erstellt von einer kleinen Genshin Animation. Viel Spaß. Da, das muss das blaue runde Ding sein, was Klee haben will. Schnappen wir es uns. Zeig denen genau, was du haben willst, sonst suchen sie noch den ganzen Tag danach. Hier, ich hab's fertig gemalt. Das ist das, was ich haben will. Ist das dein Ernst? Das ist ein Eis. Dein Ernst? Oh Mann.